weil ich habe ja auch nur noch sechs Stück und einen hab ich von dir gekriegt Anna wie sieht's denn da hinten eigentlich aus oh ja könnt dann so langsam losgehen ach komm ich geb hier noch ne Runde ey die zwei Kühe da oben drin soll ich hier raus holen weil zuerst auch ein Stückchen Weizen hattest du nicht hab ich dir nicht wollen Knochenmehl gegeben hattest du auch schon nicht benutzt um die ja Weizen zu tun er was das was das für Pflanzen hier das ist nebendran eben das musst du nicht machen ich weiß es mir war langweilig lass doch drauf rumhüpfen da passiert jetzt nichts seit der 1.2.5 kann man drauf rumlatschen nur wenn man drauf rennt oder drauf hüpfen und er hat also geblendet es ist ein Kratz kreis 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 zahlreiche man schatzt nur noch nicht mehr kommen ab schlusser und zu bereinigt um und morgen und schlusserl das ist auch um er hat es wohl nicht so können ich will jetzt die ich nur noch zwei Kühe ich weiß nicht nur aber kann ich auch oh Mist hab ich gut geschlagen komme ja ja zwei Kühe ich kann sogar noch drei oder vier es sind vier Stück die eine Kuh geht gerade unter fünf sechs sechs Kühe sieben sieben Kühe ich hole ich hole mal drei Kühe ne warte mal wir haben ja eine noch drin ja gut dann lang drei die 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 das die 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 Ok, warte. Ich komme mit der Axt. Ok, Mensch. Ja, warte. Ey! So stand das Ding ins Entblick. Spidi. Ey, who geht da wieder rein? Janosch! Warte. Oder gib mir halt eins. Ich hab's nur eins. Ach so. Jetzt renn wir hier draußen rum. Hab ich das jetzt, oder? Ja. Nüsst du. Wie viele Kühe sind drauf? Zwei? Ja. Ich hab irgendwie nur eine. Ey, cool. Komm mit. Wir werden mal mit mitkommen. Hey! Das sieht man nicht an so. Ah, der ist ganz da hinten. Boah, was macht die da? Ja. So, wir werden mal zwei Stimmen. Ich lack dich jetzt doch noch kurz rein, du scheiß Kuh! Nein! Kuh! Fahr rum! Achtung, alle gehen grad raus! Pfff! Nein, nicht abschlachten! Nicht abschlachten! Haha! Heiß gar nicht. Warte, ich hab ne Idee. Komm rein, komm rein! Du schlägst jetzt ganz übernicht! Da noch was! Da noch was! Schlag dich jetzt da rein! Huye! Huye! Ich brauch Weizen! Wie viel hast du? Die rennen grad alle weg! Ich weiß! Hey, mach uns mal die Tür zu! Ich hab grad grad probiert! Eins da! Wie viel Weizen hast du? Eins! Oh scheiße! Ja, ich brauch Weizen! Warte noch mal kurz! Ah moin! Ich will jetzt mal, dass alle kühle hier rüberkommen! Hier hinten kommen wir in die Ecke! Was kommt hier hinten in die Ecke? Und los kommt hier hinten! Oh, du gehst da jetzt mal weg! Wir haben auch kein Weizen hier drin! Hä, was hast du mit dem ganzen Weizen gemacht? Die gegessen! Lava! Und gut verarbeitet, dann Fullart! Wir können ihn mal kurzen Moment.. Nein, nicht dadurch! JA! Ich hab's geschafft! Alle? Nein, nur die Hälfte. Wenigstens bisschen.. Ich hab zwei Weizen! Ich hab zwei Weizen! Die andere Hälfte, die muss ich jetzt nicht drüber auch heiß kriegen! Ah! Das hast du ja! Kommst um durch! Komm mit! Die kleine Kuh blockiert nun einen Weg! Warte! ja und es gibt es nicht kann werden ein ganz das ist nicht so gut er hat ein guter er ist nicht weiter und so und das war die entscheidung der da oben rumladen um es kommt nur durch ach ja noch, du hast gerade den Weizen, deswegen kommen die alle zu dir ja, warte, die zwei noch ja, 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 komm, 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 komm ja, 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 jetzt sind noch die PewDiePie warte kurz, warte kurz nur noch die Kleine ist draußen ok, warte, ich helf dir beim abdrücken, der ist scheiß Kühl ok du deinen Kuh-Arsch damit packen komm gleich, keine, komm rein nein ich werde umbringen wirst du doch gerade geschlagen, hätte ich warte kurz geh rein warte, ich hab ne, ich mach das nein, geh raus geh schnell nicht wieder rein ja, es geht ja nicht, du hast ja die Tür offen gelassen ich hab gedacht, du bist ja reingegangen ja, nee, aber du bist ja raus und ich bin ja irgendwie fort danke Kuh, hast du ja weiß, wie das tut, war ich nie gekriegt ok, warte, die eine kann, ich kann beide rein, geh weg, geh weg, ich kann beide ran bringen warte kurz, ich schieb sie weg, ich schieb sie gerade weg komm rein, komm rein, komm rein so, die erste ist alter, das ist gerade richtig doof hier und Ah du willst zub kaufen, so ok, warte nimm, nimm h andere, nimm ein anderes Teil ich lleg dich zu mir hier bleibt hier hinten, dasff charms Nein! Schmeiß mal den Zaun her! Das ist heute lang, oder? So, komm jetzt mal Ali hierher zu mir! Kleine Gu, komm her! Alles ist zu! Mal gucken, ob du reinkommst! Sei jetzt mal rein! Kommt! Komm! Komm! Hey! 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 Ein Kuh? Ein... Oh, kleine Kuh, was soll das? Schieb die mal rein, die Große! Wie denn, die hängt auf dem Zaun drauf? Oh man, Kuh! Alter, das ist vielleicht eine Arbeit! So, komm, komm! So, komm jetzt! Ja, die Kleine ist drin! Warte, die Große, die Große, die Große, die Große, die Große! Komm her! Ich schieb dich rein! Komm her! Komm her! Komm her! Ja! Die ist drin! Die ist drin! Die ist drin! Die ist drin! Die war drinnen! Aber sowas von sicher! Komm her! Komm her! So! So! Warte, ich hab's! Ja! Die Kleine ist da hinten jetzt auch noch eingesperrt! So! Komm her! Komm her! Komm her! Das ist überhaupt nicht so viel! Wie, überhaupt! Das ist so fett! Das ist so fett! Das war ja echt! Ein! 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 Noch einmal ein Schlagen! Das Teil ist tot! Toll's macht! Scheiß auf die Kuh! Okay, gut! Weil ich mach das! Ich hab auch noch kurz! Okay, jetzt haben wir genug Kühe hier drin, oder? Ja, komm! Schlagt die Kühe nicht, wenn's geht! Ich hab aussehen, die Kleine Baby kommt geschlagen! So! Ah! Geht schuld! Ja, und das war jetzt Part 34, oder? Oder? Ich hab's noch ne Idee! Noch ne kleine! Kurz bevor! Schluss machen! Die geh ich mal kurz umsetzen! Ich brauch noch kurz das hier! Also wir machen auch ganz kurz ein kleines Plichtchen! Ein paar Pätschen! Ja! So! Äh! Aber ich hol's mit! Ja, eins! Oh! So! Äh! Warum ist die Kuh hier draußen? Da ist doch ne kleine Kuh draußen! Soll ich ehrlich sein? Ach ne doch nicht! Die lackt sich nur grad um! Er macht's nicht! Oh! Was war denn das? Ich geh bitte! Komm, jetzt hast du Spaß! Los! Die Zeit läuft uns sofort los! Naja, aber der Eingang finde ich... Ah, hier! Ja! Ja, das ist bestimmt gut! Äh! Aber was mach ich denn? Das ist jetzt zu hell und jetzt hast du noch den Dinges drauf! Nein, nicht zwei lang! Eins lang lang! Doch, doch! Dass man's so rein kann! Zu! Rein! Zu! Ach so gut! Warte, warte, warte! Wenn sie dann hier drin sind, muss man's halt wieder rein drücken! Dann, 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 warte! So! Und ich will nur noch fackeln! Und ich will nur noch fackeln! Eine fackeln! Ich will nur noch fackeln! Ist noch da! Weil ich hab nur fackeln! Ich setz die Kurs! Und fackeln! Nein! Nein, es ist auf! Ich weiß durch die Hinsatz! Geil! Geil! Alter, hab ich alles an! Ich kann zaubern! Ich hab's! Guck mal, ich kann zaubern! Guck mal! Warte! Ich kann zaubern! Ich kann zaubern! Ich kann zaubern! Die Toto! Die Toto! So, jetzt war's dein Scheiß! Ich brauch nur noch was! Ich kann zaubern! Hallo! Bitte was? Hallo! Weiß! Keine Ahnung! Ich hätte es jetzt dazu verfahren! Tschüss! Die Welt ist und wird das besetzt! Nein, wirklich nicht. Wir machen das doch nicht! Wir machen das. Wir wollen die Idee! Wir wollen die Idee! Ich will das mal aussteigen lassen. Hobsch und ich hab so ein Tag gemacht! Da hinten einfach so hingesetzt, wo der Creeper rund. Was er denn? Warum bin ich? Ja, da geht das vorbei! Ich ging kurz zu töten. Um mag, komm! Der Tod von oben ist wieder da. Ziel anvisiert? Ja, ich hab's gehört. Fuck. Ähm, das war ich nicht. Gut, ich hab's gedacht. So, jetzt. Oh, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Janosch, vor uns stahlst du die ganze Welt dahin. Also gut, Janosch, komm zurück. Ja. Oh, es kommt Dauersprache. Komm, jetzt. Also gut, mit diesem Kleidchen. Boah, der Janosch mit dem scheiß Creeper noch die ganze Welt zerbombt. Komm, wir gehen. Mach mal lieber Schluss mit der Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, okay? Warte, ich muss noch eins kurz. Meine Güte, du brauchst sie? Geh da mal weg. Gut. Ja. Okay. Jetzt. Okay, geh mal fertig. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüdelu. Ciao.